FC Chelsea Spezial Part 4 Warum die Profis des FC Chelsea bald die besten Schnäppchen sein können Transferlawine bei FC Chelsea 33 Spieler, der größte Kader der Premier League Stellt euch vor, ihr seid der Manager, welche Auswirkungen hat ein zu großer Kader? Hier ein paar Punkte Je größer ein Kader ist, desto häufiger rotiert man in der Regel Spieler Deswegen lässt die Eingespielheit oft zu wünschen übrig Die Trainingsgestaltung für den Trainer und sein Team ist häufig sehr schwer Weil ja nur elf plus ein paar Spieler am Wochenende spielen können Der Rest muss beispielsweise im Spielersatztraining gefördert werden Die Spieler haben natürlich in der Regel deutlich weniger Einsatzzeiten Vor allem für Jungprofis hat das negative Auswirkungen In der Regel stagnieren oder verschlechtern sich teilweise Spieler Weil sie nur in Anführungszeichen trainieren Und teilweise zu keiner Spielzeit am Wochenende kommen Und für die Jugend des eigenen Vereins kann es auch negative Auswirkungen haben Weil Chelsea sehr viel externe Spieler holt Und zwangsläufig gehen natürlich aufgrund der mangelnden Spielpraxis Die Kaderwerte bzw. die Marktwerte der einzelnen Spieler zurück Wie löst man dieses Problem? Einfach zehn Spieler verleihen Chelsea wurde im letzten Jahrzehnt berühmt für die Lone Army Selbst in der letzten Saison wurden 21 Spieler verliehen Durch neue Regeln der FIFA wird diese Zahl jedoch bis 2024 Schrittweise auf maximal sechs Spieler beschränkt Und es sind bereits weitere sieben Spieler verliehen worden Es sieht also alles danach aus, als ob im Sommer extrem viel verkauft werden muss Das drückt die Preise der Spieler Welchen Spieler würdet ihr zu eurem Klub holen? Schreibt es in die Kommentare Schreibt es in die Kommentare